in diesem kurzen video stelle ich euch die c topen überwachungskamera vor und hier ganz genau einmal die gegenüberstellung eine aufnahme in der dämmerung nämlich im november um circa viertel nach fünf und eine gute dreiviertel stunde später um kurz vor 18 uhr am abend die kamera ist wasserdicht nach ip 65 ist akku betrieben und hier seht ihr gerade die aufnahme aus der dämmerung wie gesagt circa 17 15 ihr seht es oben 17 12 die zeitumstellung zur winterzeit war bereits und eine gute halbe dreiviertel stunde später kurz vor 6 17 uhr 53 es war stockdunkel ich habe auch kein licht hier an und ihr seht wie gut doch diese kamera noch den bereich überwachen kann mehr zur kamera erfahrt ihr in der video beschreibung wenn dir dieses video gefallen hat freue ich mich über ein baum hoch ein abo meines kanals und wenn du es gemacht hast vergisst nicht die glocke